Das Museum hat ja nicht nur die Sammlung im Inneren mit vielen Kleinplastiken, sondern wir haben eben diese von mir gerade schon hochgehaltene Broschüre gemacht mit unserem Besitz, wo aber einiges neu dazugekommen ist. Wenn Sie in den Skulpturenpark gehen, sehen Sie schon von Weitem den größten Baum im Park, wahrscheinlich ist er einer der größten Bäume überhaupt in Mahl, eine wunderbare Eiche. Das Grünflächenamt sagt, 150 Jahre alt und mindestens so viele Jahre können noch dazukommen. Und Bogumir Ecker, den ich auch ganz herzlich hier begrüße, hat eine neue Arbeit dafür gemacht. Und dass das auch in Mahl jetzt so möglich ist, ist ein Entgegenkommen der Künstler. Viele, ich nenne jetzt Bogumir Ecker nur pars prototummäßig, weil es viele sind, die sich für Mahl engagiert haben und die das machen, weil sie Mahl spannend finden. Weil sie sagen, Mahl ist eine Situation, wo wir zum Beispiel im Museum eben nicht die typischen White Cube Räume haben, sondern wo das ein ehemaliger Raum oder der Raum war, wo man eigentlich eine Gaststätte, die Radstuben einrichten wollte. Oder der ebenerdige Raum, der einfach abgetrennt wurde, was vorher eben ein Durchgang war. So haben wir hier eine Situation, die sich massiv unterscheidet von anderen Museen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Museen sich voneinander unterscheiden, dass sie in ihrer Sammlung unterschiedlich vorgehen und dass sie auch vom Konzept, vom Profil her unterschiedlich arbeiten. Und bei uns ist es eben hier einmal die Videokunst, die Klangkunst und die Skulptur, so als ein Dreieck. Und diese Skulptur von Bogumer Ecker im Park werden Sie sofort aus der Ferne schon leuchten sehen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie man das hinterher nennen wird, ob das nun rote Wolken sind, die da hängen, teilweise fast auf 10 Meter Höhe. Oder ob das Früchte sind oder rote Rohren. Auf jeden Fall sind sie in Sichtweite zur Arbeit, die bei uns bleiben wird. Und die Arbeit von Bogumer Ecker ist eine Dauerleihgabe. Und bleiben wird das Projekt von Jan Scharrelmann, wo ich jetzt nochmal ganz ausdrücklich Helene Mahnert-Luk für danken möchte, die es nämlich möglich gemacht hat und mit dem Künstler und mir im Atelier drüber geredet hat und dann gesagt hat, ja, das bezahle ich, das ist ein Geschenk an die Stadt. Und damit möchte ich mich ganz herzlich noch einmal bedanken. Weil nur durch eine solche Geste von einer einzelnen Person, die gesagt hat, das überzeugt mich, das finde ich toll, ich finde den Künstler sympathisch, aber das hat nicht an erster Stelle gestanden, das ist danach gekommen. Sie hat natürlich erst mal von mir Arbeiten gesehen, sie hat erst mal Fotos gesehen, die ich mitgebracht habe und die ich ihr gezeigt habe und gesagt habe, das stelle ich mir vor und das habe ich mit dem Künstler da jetzt auch schon beredet und daraus sollte eigentlich an dieser Stelle im Park eine neue Arbeit bleiben oder werden, die dann bleiben darf. Und das finde ich wirklich toll. Herzlichen Dank, Helene. Und das geht mir, finde ich auch wichtig, dass in dieser Ausstellung immer so einzelne Stränge zu sehen sind, nicht nur inhaltlich, wie ich das gerade versucht habe, deutlich zu machen, sondern auch über die Generationen hinweg. Und deswegen haben wir auch im Park, oder auch deswegen, im Park ist das eine Situation, wo wir eine neue, für diese Ausstellung nur bleibende Installation haben mit acht Pferden von Selma Gültuprak, die ich auch herzlich begrüße, eine Herde von Pferden, die aber nicht vollständig sind. Man muss sich den Rest der Pferde denken, sehen tut man nur die Hufe im Gras und die Schnauzen, die gerade da ein bisschen von der Wiese abknabbern. Und das sieht aus der Ferne dann wirklich aus wie eine Wolke oder wie getüpfelt im Park. Und alle Hundebesitzer hier in der Nachbarschaft kennen das schon, weil die Hunde natürlich immer neugierig sind und weil die immer im Park unterwegs sind. Aber jetzt möchte ich alle einladen, dahinter auch einmal vorbeizuschauen. Ich könnte, wenn ich so reinschaue ins Publikum, an vielen Stellen weitermachen. Ich sehe da vorne Johanna Reich, die nämlich schon im Sommer unterwegs gewesen ist in der Stadt und eine ganze Reihe von Skulpturen mit weißen Leinwänden von hinten hinterfangen hat und daraus ein Video gemacht hat, was jetzt auch nachts in Richtung Kreiner Platz ausgestrahlt wird. Tagsüber ist es in der Ausstellung im Untergeschoss in einer kleineren Version zu sehen. Und insofern ist es ganz spannend, weil dadurch, dass auf einmal im Hintergrund weiße Wände stehen, das Ganze so aussieht, als wäre es ein Innenraum. Und manche Skulpturen verändern sich total. Wenn Sie am See die Arbeit von Tim Ulrichs kennen, das ist ein Tisch mit zwei Stühlen. Und wenn man da auf einmal weiße Wände drum hat, sieht es aus wie ein Interieur. Es wird kleiner, es verändert komplett die Wahrnehmung. Oder auch das Wesen, die Vorstellung, was man da eigentlich hat. Und eine Arbeit, die ich deswegen so spannend finde, weil sie zeigt, welches Potenzial in den Skulpturen hier auch steckt. Ganz klar wäre das nicht möglich gewesen, ohne die intensive Mitarbeit von den Skulpturen.